Und damit willkommen zurück zu Starforge. Ja, euer Troo ist beim letzten Mal gestorben. Was für ein Trauerspiel. Und jetzt muss er natürlich versuchen, seinen Leichnam wieder zu finden. Und den wird er da hinten bei dem Wurm finden. Ich werde mich jetzt auf zu dem Wurm machen. Der mich da hinten massakriert hat. Weit kann es nicht sein. Er muss ja irgendwo gleich da vorne sein. Das wird doch nicht von so einem dummen Würmchen da besiegen. Die ganzen Ressourcen, die ich gesammelt habe. Alles umsonst. Ich könnte natürlich jetzt nochmal anfangen, von vorne das zu sammeln. Aber ich will einfach diesen Wurm umklatschen. Und mich rächen. Da sind meine Sachen. Und der Wurm ist weg. Na super. Habe ich den Wurm wieder doch besiegt, hä? Hä, hä? Ja, guckst du, hä? Dummer Wurm. Wir haben eine Kiste hier. Anlegen, komm. Was war das? Wir haben natürlich nur die Sachen, mit die wichtig sind. Die Research Kits lasse ich erstmal da drin. Obwohl, eigentlich kann ich alles mitnehmen, was ich tragen kann. Gut. Hatte ich noch keine Handschuhe? Das erklärt natürlich einiges. Gut. Blöder Wurm. Ah, der ist direkt vor meinen Augen gespawnt, ne? Also so ist es ja nicht. Ich konnte ja gar nichts machen. Jetzt nehmen wir dich hier als Rache. Komm. Tut mir leid, aber ich brauche Seide. Gut, jetzt können wir jedenfalls Handschuhe herstellen. Die Handschuhe interessieren mich nicht. Ich brauche Eisen. Und davon in Massen. Und darum... Oh, da. Und wie viel Eisen brauche ich insgesamt? 51 Stück. Na, dann wollen wir mal losbohren. Nehmen. Ach. Oh, jetzt wackelt es aber hier. Erst vor allem nicht, sie muss halt hier, äh, immer dranbleiben. Ah, jetzt hat das gut. Ich will einen ganz speziellen Punkt finden. Na, komm, lassen wir jetzt hier rein. Ich will da rein. Ne, wie gesagt, man muss hier einen ganz speziellen Punkt immer finden. Und wenn man da nicht reinkommt, dann ist das natürlich auch ein bisschen doof. So, jetzt bin ich drin. Jetzt sollte ich keine Probleme darstellen. Gut. Und weiter geht's mit dem Abbauen. Vielleicht das ja auch in Ruhe abbauen. Das Gute ist, dass die Dinger nicht über mir einstürzen. Schön ist auch immer wieder versucht, das neu zu berechnen. Wir können uns natürlich eigentlich auch eine Crafting-Station holen. Das wäre natürlich auch eine andere Idee. Mal gucken, was uns dazu fehlt. Also. Achso. Sand. Okay. Äh, was war's, das da? Forging Terminal. Äh. Dafür brauche ich Sand. Oh Mann. Und wo bekomme ich Sand her? Ich nehme hier trotzdem noch ein bisschen was mit. Ah, ich sehe schon, es wird dunkel. Ich sollte mich jetzt also doch mal langsam auf den Rückweg machen. Okay, beim nächsten Mal gehen wir dann doch ein bisschen Seid oder so farb. Gut, jetzt versuche ich natürlich so schnell wie möglich zurückzukommen. Damit ich die Ressourcen erstmal lagern kann. Oh weia, das wird jetzt gleich richtig dunkel. Und wir sind schon wieder dann total in Gefahr. Ah, komm. Dich nehme ich noch mit. Ich brauche Equip. Auch nicht schlecht, wie man immer über die stolpert. Okay. Weiter geht's Richtung Heimweg. Ich würde sagen, wir probieren es dann gleich wirklich mal, nachdem wir das ganze Equip dann abgelegt haben. Vielleicht noch ein Baum gefällt haben, damit wir uns noch eine Kiste erstellen können. Probieren wir es gleich mal in dieses Raumschiff da reinzugehen. Mal gucken, was da passiert. Ich brauche noch ein bisschen Hals. So eine Kiste für die Rohstoffe. Ohne den Baum gleich zu fällen, ne? Also zehnmal sollte reichen. Dann gehen wir zum nächsten Baum. Da ist unsere Hütte. Die steht jedenfalls auch noch. Das ist schön. Wie sieht das eigentlich aus, wenn der Baum umfällt? Das ist ja auch ein bisschen ergonomisch komisch. Also eigentlich sehr natürlich, muss man dazu sagen, ne? Wir brauchen 25 Stück. Ich hatte eben gerade zehn. Jetzt haben wir hier 15. Tatsache, der fällt wirklich um. Egal. Das interessiert uns jetzt gar nicht. Oh. Seht ihr, da geht die Sonne schon unter. Die Typen hier fangen schon an zu leuchten. Geben wir die Seite. Ich glaube, hier sollte ich mal einen Baum aufhalten. Der rollt mir hier doch ein bisschen zu willkürlich hin und her. Na komm, stopp jetzt hier. Feucht dich halt noch weiter ab. Ich wäre jetzt in der Nähe vom Zuhause. Hier sollte mir ja nichts so Schlimmes passieren. Und ich habe noch eine Lichtquelle, der fällt mir gerade ein. Das heißt, ich kann hier also aufs Dach noch ein Lichthäuschen drauf machen. Okay, ihr habt gewonnen. Ich gehe in das Haus rein. Komm, wir gehen hier erstmal rein. Machen jetzt mir die Tür zu und packen hier noch eine zweite Kiste hin. Die packen wir da in die Ecke, würde ich sagen, oder? Das sieht doch schön aus. Da packen wir die zweite Kiste hin. Das sieht doch toll aus. Habe ich jetzt eigentlich hier genügend? 18, 15. Ah, ich will aber eine Hose. Kiste, 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 Kiste. Stell mir eine Kiste her. Na. Nein, jetzt hat er die Kiste da rein gemacht. Komm, aufsammeln. Hier kann ich es öffnen. Kollekt. Okay, gut. Dann nochmal das Ganze. Bauen wir den Container da. Ah, wie machen wir das jetzt am besten? Wieso machst du das immer unter der Erde? Jetzt ernsthaft? Muss ich jetzt... Kann ich jetzt ernsthaft hier die Erde wegmachen? Weil du das unter die Erde gemacht hast? Oh, das ist doch echt... Warte, dieses So geht nicht mehr. Wenn ich mir damit jetzt mein Haus kaputt mache, dann gibt's Ärger. Wo ist es? Wo ist die Kiste? Ey, sag mal, ich brauche mir jetzt hier einen echten Boden rein. Mal gucken, ob das funktioniert mit dem Boden, was ich vorhabe. Da ist sie. Wie schlecht ist das? Gott, ich mach's jetzt anders. Mal mehr. Warum bin ich da drunter? Oh. Hier wird gerade wieder was gejagt. Ob man jetzt hier drunter landen kann, weiß ich noch nicht. Na, gucken wir mal, was jetzt passiert, wenn ich da eine Kiste hinsetze. Da geht es noch nicht, aber da. Ah, nicht schlecht. Gut. So, kann ich dann da jetzt die Kiste hinsetzen? Das ist doch hier echt zum Mäuse melken, oder? Wo ist hier die Kiste da? Also jetzt sollte es aber keine Probleme geben, oder? Okay. Warum geht denn das da nicht? Jetzt seht ihr das erst. Der packt das eh immer in den Boden. Warum auch immer. Nur hier packt das dann richtig hin. Und hier. Nee, auch da packt das in den Boden. Musst ich die echt jetzt daneben bauen? Ernsthaft? Gut, dann packe ich die halt daneben. Ähm, was wollte ich denn da reinmachen? In diese Kiste, da wollte ich reinmachen. Das Öl. Die Eisenerze. Die Sandsteine. Die Steine, die kann ich jetzt noch behalten. Ähm, das Wasser kann ich da rein. Na, Wasser nehme ich mal doch lieber mit. Oh, ich habe Hunger, merke ich gerade. Essen! Gut. Öffnen wir nochmal. Gut. Ähm, wo waren wir? Das, 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 das. Holz brauche ich gleich noch. Fleisch. Was habe ich denn da drin? Da habe ich auch Fleisch drin. Das ist gut. Fleisch nehme ich erstmal wieder zurück. Was habe ich hier für Research Kits? Das sind sechs Plätze da drin. Erstmal können wir das hier noch auffüllen. Zehn, vierzehn, sechs. Das ist auch in Ordnung. Das brauche ich nur. Egal. Stein. Und was sage ich hier? Stein. Komm rüber. Ist da Platz? Dann kann da der, äh, die Research Kits reinkommen. Haben wir da ein bisschen Platz? Dann passt das. So. Das Licht lassen wir jetzt auch erstmal weg. Gut, jetzt wollte ich hier erstmal noch ein bisschen Platz machen. Ich hoffe, hier klopft keiner an meiner Tür. Ja, wir machen uns jetzt hier nochmal einen schöneren Boden. Nachdem ich jetzt festgestellt habe, wie verpackt das doch noch leicht teilweise ist, was das Platzieren von so einem netten Kästchen angeht, gehe ich hier auch nochmal sicher und platziere mir hier natürlich dann entsprechende Bodenplatten. Solange wir Nacht haben, passt sich das ja sowieso. Müssen wir uns auch nicht draußen mit diesen Zerklingen umschlagen. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Nee, da drunter, bitte. Wieso willst du da nicht? Nee! Warum machst du denn das jetzt da? Geht's noch? Also wieder zum Mäuse melken. Weg damit! Keine Ahnung, warum man das jetzt da eingebaut hat. Ich hab eigentlich davor gerutscht, aber ihr seht, das Spiel ist halt noch in einer Eifer und darum muss man dem Ganzen ja auch verzeihen können. Ich hoffe, ich baue jetzt den Stein ab. Nein, den Stein brauche ich natürlich nicht ab. Oh, wir kriegen das jetzt da am besten wieder heilen. Oh! Oh, 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 oh. Das war jetzt ein ganz großes Loch. Hat Ivan gemacht, großes Loch. Äh, ja, genau da hin. Nein! Oh, du dreckst Ding! Ja, genau da soll es hin. Ja, warum machst du... Ja, da machst du, ne? Warum da nicht? Ich könnte doch zum Heulen beginnen. Aufs Neue. Äh, ich hab gar kein Holz mehr. Nochmal Kisten herstellen. Fünf Stück. Nur für den Notfall, falls ich wieder eine versemmel. Ja, warum willst du da nicht bauen? Genau da. Da rein. Warum nicht? Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir wieder hier unsere schöne Waffe. Nehmen dann einen Stein. Und dann können wir hier auffüllen. Füllen wir hier ein bisschen auf. Äh, ja, und bauen dann das Bett zu. So war es eigentlich nicht gedacht. Boah. Ist zwar nicht schön, aber... Also, mich irritiert das hier so ein bisschen. Das machen wir jetzt erstmal weg. So viel, wie man hier mit dem Presslufthammer arbeitet, arbeitet, glaube ich, niemand zu Hause. Besonders so schnell, wie wir ja die... So schnell, wie wir hier... Hallo. Die Wände immer einreißen und wieder aufbauen, ist natürlich wieder auch eine ganz andere Sache. Das ist ja wirklich so eine kleine Spalte. Ja, und genau diese Spalte möchte ich auch zu haben. Genau da. Ist das jetzt so? Ne, Tatsache, die kriege ich jetzt echt nicht zu. Egal. Wie sieht es denn tageszeitmäßig aus? Dunkel. Gut. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, wunderbar. Was will man mehr? Ja, wenn wir es uns hier noch weiter bequem machen... Ich muss sagen, bequem nenne ich zwar anders, aber egal. Ja, schauen wir dann im nächsten Part mal in das Raumschiff rein. Ich bin euer Tro. Tschö, tschö.